Du beginnst im Sitzen, in einer Haltung mit gekreuzten Beinen oder im Fersensitz. Deine Hände liegen auf den Oberschenkeln. Schließe deine Augen und richte dich nach innen. Ausatmend lässt du deine Beine, dein Becken nach unten in den Boden sinken. Einatmend richtest du die Wirbelsäule sanft auf. Dein Atem fließt jetzt ganz frei und natürlich. Und du kommst ganz bewusst in deinem Körper, deiner Haltung, an deinem Platz an. Verschränke jetzt deine Hände vor der Brust ineinander. Schiebe ausatmend die Handflächen nach vorne, runde den oberen Rücken leicht und senke den Kopf. Einatmend bringst du die Arme gestreckt über den Kopf, schaffst Länge, Aufrichtung im ganzen Oberkörper. Deine Sitzknochen bleiben dabei fest am Boden. Gehe so weit nach hinten wie möglich mit deinen Armen. Ausatmend schiebst du die Arme wieder vor, rundest den oberen Rücken, senkst den Kopf. Und einatmend schaffst du dir wieder Länge und Aufrichtung. Und noch einmal ausatmend runden, die Hände weit vorschieben und einatmend öffnen und strecken. Löse jetzt deine Hände voneinander und fasse jeweils mit einer Hand den gegenüberliegenden Ellbogen. Du beginnst jetzt den ganzen Oberkörper und deine Arme zu kreisen. Über rechts runde dich dann nach vorne und unten und beende den Kreis, indem du über die linke Seite wieder nach oben kommst. Kreise in deinem Tempo weiter. Spüre dabei die Bewegungen im Brustkorb und in den Seiten. Gehe mit der Bewegung dahin, wo du lockern und lösen möchtest. Dann kreist du entgegengesetzt. Über links nach vorne unten und über rechts wieder nach oben. Wenn du wieder oben bist, beendest du und senkst die Arme. Werde dir aller Empfindungen im Oberkörper, entlang der Seiten und deiner Wirbelsäule bewusst. Strecke jetzt dein rechtes Bein zur Seite aus. Lasse das linke angewinkelt oder bringe es in den halben Schneidersitz. Lege deinen rechten Arm auf dein rechtes Bein. Hebe den linken Arm an, drehe dich dabei etwas nach links, öffne den Brustkorb nach links, schaue zu deiner Hand. Schaffe Länge im Oberkörper und sinke ausatmend in Richtung deines rechten Beines. Der linke Arm hängt locker über deinem Kopf. Öffne die linke Seite nach oben, sodass du hier eine sanfte Streckung spürst. Lass die Beine und Füße ganz locker, der Kopf sinkt. Löse die Spannung von innen. Einatmend richtest du dich langsam wieder auf. Wechsle die Seiten, strecke das linke Bein lang aus und winkle das rechte an. Lege deinen linken Arm auf dein linkes Bein. Hebe den rechten Arm an, schaue zur Hand, öffne den Brustkorb nach rechts, strecke die Seite lang und sinke ausatmend zur linken Seite. Öffne die rechte Körperseite nach oben. Achte wieder darauf, dass die Beine und Füße locker sind. Lass den Kopf zur Seite sinken. Lass dich nur sinken. Ohne dich zu ziehen oder zu drücken. Einatmend richtest du dich langsam wieder auf. Strecke jetzt beide Beine zu den Seiten aus, so wie es für dich gut möglich ist. Wenn die Rückseiten deiner Beine stark verkürzt sind oder du Probleme im unteren Rücken hast, setzt du dich besser etwas erhöht auf ein Kissen oder einen Block. Und streckst du dich jetzt wieder sanft nach vorne und streckst du dich wieder sanft nach vorne und unten sinken. Die Arme und Hände bleiben entspannt, die Beine und Füße locker. Lass dich nur sinken, ohne zu drücken und vor allem ohne Ehrgeiz möglichst tief in die Haltung zu kommen. Einatmend richtest du dich wieder auf und bringst mit Hilfe deiner Hände die Beine wieder zueinander. Und bring deine Beine über die Seiten nach hinten. Lege dich auf deinen Bauch. Stütze dich jetzt auf deine Unterarme. Hebe das Brustbein an und lass deinen Kopf sinken, Kinn Richtung Brust. Bewege den Kopf sanft hin und her, lockere den Nacken. Dann bringst du den Kopf wieder zur Mitte und hebst ihn an, sodass er in einer Kurve mit der Linie deiner Wirbelsäule ist. Dein ganzer Körper ist hier wieder vollkommen entspannt, vor allem der Rücken und die Po-Muskulatur. Ausatmend löst du diese Haltung langsam auf, legst die Hände übereinander und die Stirn darauf ab. Strecke jetzt deinen rechten Arm in Schulterhöhe zur rechten Seite. Dreh den Kopf entgegengesetzt nach links. Stütze dich mit deiner linken Hand ab und rolle dich auf deine rechte Seite. Die Beine sind angewinkelt, sodass deine rechte Schulter sanft gedehnt wird. Entspanne dich in die Haltung, lass alle Muskeln, alles von innen los. Einatmend löst du diese Haltung langsam auf und legst die Hände wieder übereinander. Dann streckst du deinen linken Arm zur linken Seite aus, drehst den Kopf nach rechts, stützt dich über die rechte Hand ab und rollst dich auf deine linke Seite. Die Beine sind wieder seitlich angewinkelt, nimm warm, wo noch Spannungen sind, wo du noch mehr loslassen kannst. Einatmend löst du diese Haltung wieder auf, rollst dich zuerst zurück auf den Bauch und von hier über die Seite auf deinen Rücken. Stelle deine Füße auf, lass die Knie nach außen senken, die Fußsohlen liegen aneinander. Bringe einatmend deine Arme über den Kopf und lege sie leicht angewinkelt am Boden ab. Nimm nochmal ganz bewusst die Öffnung in den Hüften und im Brustkorb wahr. Lass von innen los. Spüre den Boden unter dir und lass dich hineinsinken. Lass alles andere für den Moment los. Einatmend, senkst du zuerst deine Arme wieder. Bringst mit deinen Händen die Knie wieder zueinander. Öffne die Füße mattenweit und lass die Knie zueinander senken. Spüre nach. Dann kommst du langsam über die Seite gerollt zum Sitzen. Schließe nochmal deine Augen oder lass sie geschlossen. Nimm bewusst deinen Körper wahr. Die Wirkung der Übung. Und ganz langsam öffnest du deine Augen wieder. soziale canse. Nein. Ängäuer. Vielen Dank.